Musik Hallo, geht's dir gut? Ja, geht mir gut. Trinkst du gerne mal einen Alkohol? Ja. Du hast All Inclusive gebucht, oder? Ja, habe ich. Okay, würde es dir gefallen, wenn ich dir zeige, wie du auch nach 23 Uhr sehr, sehr billig rausschauen kannst? Ja. Echt, oder? Okay, pass auf, schau auf meine Hand und schlaf tief und fest, immer tiefer und tiefer singst in diesen angenehmen Zustand und du fühlst dich vollkommen wohl. Ja, und das ist eine Methode, die ist eigentlich sehr einfach. Jetzt brauche ich mal eine neutrale Testperson. Probier mal und sagen mal, was drin ist. Okay. Okay. So, ich tipp dir gleich auf die Schulter, dann öffne die Augen, wirst du aber nicht erwachen und alles, was ich gesagt habe, wird so eintreten, wie ich es gesagt habe. Hey, wie heißt du? Michelle. Michelle. Ich tippe dich mal auf, Michelle. Wo kommst du her? Nordkassel, ey, Nordhessen, Kassel. Notko Lemon, aber die special, special Punta-Arabi-Mischung ist nur für dich. Probier mal einen Schluck, wie es dir schmeckt. Warte, das ist stark, aber schmeckt gut. Echt? Dann nimm noch einen Schluck. Los. Das ist ganz schön stark. Ich verstehe dich nicht. Das ist ganz schön stark. Das ist ganz schön stark. Dann nimm noch einen Schluck, wenn es so gut schmeckt. Langtschal, langtschal. Schau mal. Was siehst du? Evil early is next time. Und was machen die da? Kannst du dich laut sagen? Nein. Ist aber cool, oder? Okay, mit dem nächsten Schluck bist du wieder vollkommen nüchtern. Hallo, wie geht's dir? Gut. Gut. Was hat sich da hin? Deine Haus, Michelle. Deine Haus, Michelle.